Hallo, mein Name ist Jörg Aßmann von Honeywell und heute stelle ich Ihnen die Mobility Edge Plattform vor. Stichwort Betriebssystem. Vor Android war Windows stabil und langlebig, aber leider Ende 2020 der Support. Android dagegen hat kürzere Produktlebenszyklen, die nicht von jedem Mobilcomputer unterstützt werden. Gemeinsam mit Google und Qualcomm hat Honeywell Mobility Edge entwickelt. Das Herzstück ist ein Chipsatz, der die gewünschte Systemstabilität und längere Produktlebenszyklen bis 2025 in sich vereint und Android 11 unterstützt. Der Chipsatz kann in den unterschiedlichsten Formfaktoren für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel Transport Logistik, Retail oder Lager. Die Software Plattform bietet Tools für eine schnellere Implementierung, Leistungsoptimierung und längere Produktlebenszyklen. Der Wechsel der Betriebssysteme bietet dem Markt eine riesige Chance. Die einmalige Kombination von Soft- und Hardware Plattform erhalten Sie exklusiv nur bei Honeywell. Wir nennen sie Mobility Edge. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017